Das ist ein großer Auftritt beim Bühne der Europameisterschaft von Rinschburg. So, Markus Pinder, dann Hannes Kaufmann und der Blick ist dann Helmut Henning aus dem Urteil Auslösungszuschlag, aus einem Landschart der Fahrt. Bei mir haben wir ein Blasen, fährt nicht mehr so ein Matierechtrasse, nicht direkt an der Kronomie, nicht an der Kronomie. 45.09, die neue Durchzeit jetzt, des Kugelhofers in Schweißenbeinig. Die 16, das ist der Link, der jetzt, das ist der, die 15 schon beendet. Die 16, das ist der, die 18, das ist der, die 20 schon beendet. Der 19, das ist der, die 20 schon beendet. Die 16, das ist der, die 20 schon beendet. Die 16, das ist der, die 20 schon beendet. Die 16, das ist der, die 20 schon beendet.